Okay, ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, Tina, für die Einführung und ja, schön, dass Sie alle sich die Zeit nehmen, eine Stunde heute mit uns über das Thema Wirkung nachzudenken und zu diskutieren. Schauen wir einmal darauf, was wir heute vorhaben. Wir haben diesen zweiten Teil, das hat Tina bereits eingeleitet und es geht um das ganze Thema Wirkung planen und analysieren. Ich würde das ganz gerne in drei Unterkapitel teilen. In dem ersten Teil möchte ich kurz mit Ihnen über das Thema Indikatoren sprechen, im zweiten Teil über das Thema Erhebungsmethoden und im dritten über das Thema Datenauswertung. In jedem dieser drei Blöcke gibt es eine Übung und auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wenn Ihnen also Punkte einfallen oder Sie Fragen haben, notieren Sie sich die. Wir werden dreimal sozusagen eine Unterbrechung machen, um diese Fragen zu klären. Okay, fangen wir an. Nochmal mit einer kurzen Rückschau. Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Wir hatten uns mit dem Thema gesellschaftliches Problem beschäftigt. Wie beschreibt man eigentlich schon ein Problem? Was ist da wichtig? Wie beschreibt man auch die Vision, das, was man vorhat als Organisation? Und wir haben uns mit der IOO-Wirkungskette beschäftigt, das heißt Inputs, Outputs, Outcomes und Impacts. Was bedeutet das jeweils? Das sind also die Ressourcen, die Leistungen, die man in die Hand nimmt, um aktiv zu sein. Die Wirkung, die man bei der Zielgruppe erreicht, also die Outcomes, um letztendlich einen Impact, also eine Wirkung in der Gesellschaft zu erreichen. Und wir haben am Ende noch festgestellt, man kann das Ganze mit Hilfe dieses Wirkungsmodells, was man hier sieht, in einen Kreislauf betten und somit auch ganz gut eine eigene Wirkungsgeschichte oder auch Wirkungslogik zu erzählen. Und wir haben das nicht losgelöst, abstrakt gemacht, sondern am konkreten Beispiel von dem Herrn Sommer, den man hier links unten sieht und der Geschäftsführer des Bildungsstürmer e.V. ist. Und dieser Herr Sommer hat eine Mitarbeiterin einer Stiftung, der Wirkungsstiftung getroffen, nämlich die Frau Hoffmann, und hat ihr erzählt, was er eigentlich mit seinem Bildungsstürmer e.V. so macht. Und wie das aussieht, hatten wir auch mal ganz kurz dargestellt. Ich kann das hier noch mal ganz kurz machen, wie so eine Wirkungslogik beispielsweise aussehen kann, angefangen bei einem gesellschaftlichen Problem. Der Sommer könnte zum Beispiel sagen für sein Bildungsstürmer e.V., dass der Bildungserfolg nach wie vor von der sozialen Herkunft abhängt in Deutschland und dass das gerade, dass das dazu führt, dass gerade Arbeiterkinder nicht ihr volles Potenzial entfernen können, was sowohl für die Betroffenen, aber auch gesellschaftlich und ökonomisch ein Desaster ist. Wir vom Bildungsstürmer e.V. setzen dafür ein, dass der Bildungserfolg tatsächlich von den Potenzialen abhängt und jeder Mensch diese Potenziale vorher entwickeln kann. Um das zu erreichen, organisieren wir mithilfe ehrenamtlicher Hilfe Ferienlager für sozial benachteiligte Kinder. Diese bieten Ihnen die Möglichkeit, Stärken und Potenziale zu erkennen und gezielt zu verfolgen. In der Folge können Sie eine gute Entscheidung für Ihren Bildungsweg treffen und einen Abschluss erlangen, der Ihren Potenzialen tatsächlich entspricht. Dadurch hoffen wir langfristig, zu einem gerechteren Bildungssystem beitragen zu können, dadurch, dass mehr Menschen Teilhabe ermöglicht wird und damit der Potenzialverlust letztendlich in unserer Gesellschaft eingedämmt wird. Wenn das so dasteht, dann könnte eine Frau Hoffmann beispielsweise sagen, ja, da sehe ich jetzt noch, ich habe noch keinen einzigen Wirkungsbeleg, aber das klingt erstmal nachvollziehbar und logisch für mich. Das kann ich gut verstehen. Und dann ist auch, wenn das Verständnis da ist, ist auch die Motivation größer, sich eingehender mit einem Projekt auseinanderzusetzen. Gut, dann haben wir auch festgestellt, dass man mit der Wirkungstreppe Ziele, genau gesagt Wirkungsziele entwickeln kann. Wir fangen von unten an der Treppe an. Wir haben hier rechts die IOE-Kette, genau gesagt die Outputs, Outcomes und Impacts, also die Leistungen einer Organisation und darüber die Wirkungen ab Stufe 4. Das könnte für den Herrn Sommer zum Beispiel so aussehen, auf der Stufe 1, die Ferienlager finden überhaupt erstmal statt. Sozial benachteiligte Kinder nehmen auch an den Ferienlagern teil, sie kommen also tatsächlich hin und die Stufe 3, sie machen das auch gerne. Ja, sie sind gerne bei den Ferienlagern, sie kommen vielleicht immer mal wieder und erst ab der Stufe 4 reden wir aber tatsächlich von Wirkung. Das heißt zum Beispiel, dass die teilnehmenden Kindern ihre Stärken und Potenziale kennenlernen. Stufe 5 wäre, dass sie auch ihr Handeln ändern, dass sie zum Beispiel diese Stärken einsetzen oder dass sie, wie hier dargestellt sind, eine passende Schulentscheidung treffen. Das heißt, sie tun etwas, was sie vor oder ohne die Ferienlage vielleicht nicht getan hätten oder anders getan hätten. Stufe 6 bezieht sich dann auf die Lebenslage. Zum Beispiel, die teilnehmenden Kinder haben an ihren Potenzialen entsprechenden Bildungsabschluss. Das ist schon ein sehr hohes Wirkungsziel und bezieht sich schon auf eine veränderte Situation, in der sich diese Kinder befinden. Und wenn man ganz, ganz weit denkt, eher so, was ist das ganz übergeordnete Ziel zur Orientierung, könnte ein Ziel sein, dass das Bildungssystem in Deutschland gerechter ist. Dadurch, dass vielleicht die Politik auch nachvollziehen kann, dass solche Projekte, wie diese Ferienlage sinnvoll sind, das Ganze in ihr Regelsystem, in ihre Regelförderung übernimmt. Und damit hat der Bildungssystem e.V. einen Beitrag geleistet, dass das Bildungssystem tatsächlich gerechter wird in Deutschland. Wichtig bei so einer Wirkungstreppe ist immer, erstens, das Ziel sollte immer nur für eine Zielgruppe und ein Angebot entwickelt werden, denn wenn ich ein neues Angebot habe, habe ich auch wieder neue Zielgruppen und damit wieder neue Ziele. Es ist auch wichtig, immer die Zielgruppe am Anfang zu nennen und das Ziel im Positiven und im Ist-Zustand zu formulieren. Vermeiden Sie also negative Formulierungen, wie es fehlt nichts oder hört auf, sondern sagen Sie, das, was da ist, nicht die teilnehmenden Kinder suchen eine Ausbildung oder Ihnen fehlt ein hoher Bildungsschluss, sondern Sie haben einen, ihren potenzialen entsprechenden Bildungsabschluss. Dafür ist es immer hilfreich, solche Ziele im Team zu entwickeln, gemeinsam mit Ihren Kollegen, damit man sich hier in den Perspektiven ergänzt und zu einem guten Ergebnis kommt. Das ist das, was wir beim letzten Mal behandelt haben und ich möchte noch eine Sache ergänzen, weil das sehr viel in den Fragen kam, zur Zielgruppe nämlich. In diesem Fall ist die Zielgruppe von dem Herrn Sommer die sozial benachteiligten Kinder, wenn man sich auf die Ferienlage bezieht. Wenn man jetzt aber beispielsweise die Akteure nimmt, die die Ferienlage durchführen, das könnten zum Beispiel Studenten sein, die der Herr Sommer erst ausbilden muss, wenn man sich dieses Ausbildungsprogramm anschaut, dann wären natürlich wieder die Studenten, die letztendlich etwas lernen sollen, die Zielgruppe. Auch da sollen dann in diesem Fall Wirkungen erreicht werden. Das heißt, ich muss tatsächlich immer wieder für ein Angebot meine Zielgruppen überprüfen und es ist auch durchaus möglich, dass ich mehrere Zielgruppen habe für ein Angebot. Beispielsweise, wenn wir die Ferienlage nehmen, könnten vielleicht die teilnehmenden Kinder oder die sozial benachteiligten Kinder eine wichtige Zielgruppe sein, aber beispielsweise auch die Eltern könnten eine sinnvolle Zielgruppe sein, bei denen eine Veränderung stattfinden soll. Dadurch, dass sie vielleicht etwas an ihrer Einstellung ändern, an ihrer Sichtweise auf die Stärken ihrer Kinder, vielleicht ändert sich auch etwas im Verhältnis zwischen Eltern und Kindern und so weiter. Das Ganze haben wir hier noch einmal definiert. Und zwar lässt sich sagen, dass Zielgruppen Einzelpersonen, Gruppen oder Organisationen sind, bei denen durch eine gezielte Intervention eine Veränderung erreicht werden soll. Das bedeutet, ich kann mir sowohl Einzelpersonen wie Kinder oder einzelne Erwachsene vornehmen wie die Eltern, aber auch ganze Familienverbünde beispielsweise. Und weil das Ganze immer nur auf eine gezielte Intervention bezogen ist, bedeutet das, dass ich für jedes neue Angebot auch meine Zielgruppen wieder neu bestimmen muss. Okay, kommen wir zurück zum Herrn Sommer und der Frau Hoffmann. Die Frau Hoffmann war sehr überzeugt von der Qualität und von der guten Planung des Projektes dieser Ferienlage und hat sich für eine Förderung entschieden. Beide sind also erstmal zufrieden und gehen in die weitere Entwicklung der Förderbeziehung. Und nach kurzer Zeit ist natürlich die Frage für die Frau Hoffmann, woran denn der Herr Sommer eigentlich erkennt, dass er sein Ziel erreicht hat. Und da sagt der Herr Sommer zu Recht anhand seiner Indikatoren. Indikatoren werden Sie sicherlich alle schon mal gehört haben. Definieren wir aber auch das nochmal der Vollständigkeit halber. Ein Indikator ist ein grundsätzlich unvollständiger Anhaltspunkt für das Vorhandensein eines Sachverhalts. Das heißt, das kann ich immer dann benutzen, wenn dieser Sachverhalt nicht unmittelbar beobachtbar ist. Das hat zwei Implikationen, nämlich wenn es nur ein Hinweis ist, dann reicht in der Regel also auch ein Indikator nicht aus, sondern ich brauche einfach mehrere davon. Beispielsweise hier, gelbe Blätter an Bäumen sind ein Indikator für Herbst. Es gibt aber vielleicht noch andere Gründe, warum ein Baum gelbe Blätter hat. Wissen Sie alle, der kann krank sein. Das Wasser kann vergiftet sein. Der Baum hat vielleicht Läuse oder irgendwelche Maden. Erst wenn wir jetzt weitere Hinweise sammeln, dass Herbst ist, beispielsweise, es wird vielleicht früher dunkel oder es wird kälter, dann können wir zunehmend sicher sein, dass tatsächlich Herbst ist. Gut. Wenn wir jetzt nochmal auf die IOOI-Wirkungskette schauen, dann stellen wir fest, dass man für jeden Teil dieser Wirkungskette Indikatoren formulieren kann. Besonders interessant ist es aber natürlich für den Teil der Outcomes, denn wir wollen ja unsere Wirkung nachweisen, gerade auf Zielgruppenebene. Und da unterscheidet man zwei Arten von Indikatoren. Direkte Indikatoren beziehen sich also direkt auf das, was sie beschreiben und indirekte verwendet man dann, wenn die direkte Messung nicht praktikabel ist. Beispielsweise für einen direkten Indikator, wenn das Ziel lautet, die Kinder haben einen Schulabschluss, ist der Indikator in diesem Fall der Abschluss selbst. Man könnte also auch sagen, direkte Indikatoren sind die, die man in der Regel gar nicht braucht, weil wir das Ziel schon direkt überprüfen können. Indirekte Indikatoren dagegen sind sehr hilfreich, wenn wir das Ziel selbst nicht überprüfen können. Beispielsweise, das Ziel könnte lauten, die Kinder sind integriert, zum Beispiel in einem Klassenverband. Das kann ich jetzt nicht so einfach erheben und sagen, trifft zu oder trifft nicht zu. Da brauche ich jetzt Hinweise, die mir helfen, ob dieser Sachverhalt eingetreten ist. Beispielsweise könnten Indikatoren sein, ob diese Kinder Freunde haben, ob sie mit den gemeinsamen Aktivitäten unternehmen, ob sie sich gut verständigen können, wie viel sie miteinander reden. Solche Aspekte geben mir dann darüber Auskunft. Kernfrage ist letztendlich immer, woran kann ich erkennen, dass ich das Ziel erreicht habe und manchmal hilft es auch, sich zu fragen, woran würde ich denn erkennen, wenn das Ziel eben gerade nicht erreicht wird oder wenn vielleicht etwas anderes passiert. Der Herr Sommer ist jetzt also auch vorgegangen, hat sich seine Ziele vorgenommen, hat sich überlegt, wie könnte ich denn diese Ziele nachweisen oder nicht nachweisen, sondern wie könnte ich herausfinden, ob ich die tatsächlich erreiche. Und wenn wir da einfach mal durchgehen für die Leistung zum Beispiel, ist das noch relativ einfach für die ersten drei Stufen. Das heißt, für die Stufe 1, die Ferienlager finden regelmäßig statt, wäre der Indikator selbst eigentlich nur die Häufigkeit oder die Regelmäßigkeit dieser Ferienlager. Auf der Stufe 2 würde uns die Teilnahme an sich dienen, die wir relativ einfach abfragen können. Bei der Stufe 3, die Kinder nehmen gerne an den Ferienlagern teil, könnte beispielsweise die Zufriedenheit oder die Regelmäßigkeit der Teilnahme als Indikatoren dafür gelten, dass sie Kinder das wirklich gerne tun. Ab der Stufe 4 wird es dann interessant. Zum Beispiel ist es gar nicht so einfach zu zeigen, dass die Teilnehmendenkinder ihre Stärkenpotenziale kennen. Hier wäre der Indikator im Prinzip die Fähigkeit dieser Kinder, ihre Stärkenpotenziale zum Beispiel selber zu benennen. Denn wenn sie sie nennen können, müssen sie ja vorher auch selbst sich bewusst gemacht haben. Aber es gibt auch andere weiche Faktoren, beispielsweise gestiegenes Selbstbewusstsein dieser Kinder. Da könnten ein Indikator dafür sein, dass sie sich ihrer Stärkenpotenziale mehr bewusst sind und diese ihnen sozusagen mehr Selbstbewusstsein geben und sie stärken. Auf der Stufe 5, die Teilnehmendenkinder treffen eine passende Schulentscheidung, geht auch hier an sich die Fähigkeit, ihre Entscheidung zum Beispiel gut zu begründen. Denn ich kann nur etwas begründen, was ich selber gut durchdacht habe oder vielleicht auch die Zuversicht dieser Kinder, dass sie sich die Schule, für die sie sich entscheiden, auch zutrauen und dass sie hier selbst bestärkt und optimistisch reingehen. Stufe 6, die Teilnehmendenkinder haben ihren Potenzialen entsprechenden Bildungsabschluss, wäre zum Beispiel statistisch als Indikator möglich ein realistischer Anteil der Kinder mit hohen Bildungsabschlüssen. Dass also zum Beispiel ähnlich viele Arbeiterkinder wie Kinder aus Akademikerhaushalten zu einem höheren Bildungsabschluss kommen. Es könnte aber auch sein, dass Kinder einfach stolz auftreten, dass man ihnen das auch ansieht, dass sie etwas geschafft haben, was sie vorher vielleicht sich nicht zugetraut hätten. Und das Bildungssystem ist gerechter, wäre letztendlich ein gesamthaft realistischer Anteil von Arbeiterkinder mit hohen Bildungsabschlüssen in Deutschland. Wenn es also nicht nur um die teilnehmenden Kinder an den Ferienlagern geht, sondern gesamt in Deutschland. Gut, soweit also im Prinzip, da könnte man noch eine ganze Reihe weiterer Indikatoren entwickeln. Wichtig ist, dass man sich nicht Unmengen an Indikatoren überlegt, sondern möglichst wenige und dafür aussagekräftige Indikatoren, denn sie wollen ja nicht tagelang Daten erheben und auswerten müssen, sondern möglichst wenige, aber dafür Daten, die ihnen dann auch wirklich weiterhelfen. Deshalb ist auch die Frage, welche der Ziele würde man dann überhaupt versuchen zu überprüfen? Und deshalb an Sie an der Stelle mal die Frage, welches Ziel sollte der Herr Sommer denn am ehesten analysieren, um die Wirkung seiner Ferienlager zu überprüfen? Was meinen Sie? Sie bekommen jetzt gleich ein Auswahlfeld über verschiedene Stufen und sagen Sie doch mal, was Sie dem Herrn Sommer empfehlen würden. Ja, ich spiele das jetzt ein, wenn du vielleicht auch, Falk, dann nochmal genau die Stufen auch nochmal vorlesen könntest. Die Umfrage ist jetzt eingestellt. Welches Ziel sollte Herr Sommer am ehesten analysieren? Stufe 1, Stufe 3, Stufe 4, Stufe 6 oder Stufe 7? Genau. Danke. Also zur Ausverstehung steht Stufe 1, die Ferienlager finden regelmäßig statt. Stufe 3, sozial benachteiligte Kinder nehmen gerne an den Ferienlagern teil. Stufe 4, die teilnehmenden Kinder kennen ihre Stärken und Potenziale. Stufe 6, die teilnehmenden Kinder haben einen ihren Potenzialen entsprechenden Bildungsabschluss. Oder Stufe 7, das Bildungssystem in Deutschland ist gerechter. Welches Ziel sollte Herr Sommer analysieren, um die Wirkung der Ferienlager zu überprüfen? So, die Teilnehmer wählen fleißig. Ich warte noch ein bisschen. Wir haben ein Ergebnis, Falk, und zwar die Stufe 1, sagen 1% der Teilnehmer, Stufe 3 12%, 58% haben sich für Stufe 4 entschieden, 29% für Stufe 6 und niemand für Stufe 7. Okay. Vielen Dank fürs Mitmachen und die Auswertung. Ja, tatsächlich, Stufe 7 wissen wir alle, das ist sehr, sehr schwierig, das vielleicht erstens nachzuweisen und zweitens auch auf die eigene Maßnahme zurückzuführen. Da haben Sie recht, Stufe 7 macht keinen Sinn zu überprüfen. Letztendlich wird es nach oben hin in der Treppe immer schwieriger zu belegen, dass eine Veränderung tatsächlich auf die Maßnahme, die wir ja auf Stufe 1 durchführen, zurückzuführen ist. Wir haben das schon beim letzten Mal diskutiert, beweisen lässt sich so etwas quasi nie, aber wir können natürlich möglichst viele Hinweise sammeln und damit die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Nun ist es so, dass auch die Stufe 6 noch ein sehr, sehr hohes Wirkungsziel ist. Das könnten wir zwar vielleicht über Bildungsstatistiken überprüfen, aber sowas erfahren wir erst sozusagen sehr, sehr spät, denn es dauert natürlich nach einem Ferienlager, bis die Kinder sich weiterentwickelt haben, ihren Bildungsabschluss gemacht haben, dass auch überprüft wird. Das heißt, wir würden immer erst mehrere Monate oder sogar Jahre im Nachhinein erfahren, wie sich die Situation verändert hat. Ist also nicht sehr hilfreich, wenn wir kurzzeitig oder unterjährig nachsteuern möchten und unser Projekt weiterentwickeln möchten. Tatsächlich hilfreich ist, die Stufe 4 zu überprüfen. Die teilnehmenden Kinder kennen ihre Stärkenpotenziale. Das kann ich direkt während und auch nach dem Ferienlager überprüfen und kann sozusagen gleich das nächste Ferienlager entsprechend anders umsetzen oder nachjustieren und kann gezielt die Ergebnisse zum Lernen nutzen. Nicht hilfreich dagegen ist, oder was heißt nicht hilfreich, keine Aussage über die Wirkung allein wie bei Stufe 3, dass die sozial benachteiligten Kinder gerne an den Ferienlagern teilnehmen, denn da befinden wir uns nicht auf dem Wirkungsniveau, sondern das definieren wir noch als Leistung. Das heißt, nur weil Kinder zufrieden sind, heißt das noch nicht, dass wir eine Wirkung erreicht haben. Denn die Kinder könnten ja auch nur gerne an den Ferienlagern teilnehmen, weil sie gerne schwimmen gehen und da gibt es halt immer einen See an den Ferienlager, aber das hat nichts damit zu tun, dass sie irgendwie vielleicht etwas über ihre Fähigkeiten und Stärken gelernt haben. Okay, soweit vielleicht an dieser Stelle. Gibt es bis zu diesem Punkt Fragen? Ja, es kam noch mal die Frage und zwar, ob du erklären könntest, weshalb Stufe 5 nicht in der Auswahl dabei war bei der Umfrage. Ja, Stufe 5 könnte man natürlich auch überprüfen. In diesem Fall könnte ich mich mit den Kindern natürlich darüber unterhalten, welche Schulentscheidungen sie gerade angesehen und warum. Das kann man auf jeden Fall machen. Es ist natürlich auch etwas, was sehr wahrscheinlich eher nachgelagert ist. Das heißt, was ich nicht direkt im Ferienlager vielleicht überprüfen kann, sondern erst später. Aber grundsätzlich ist das tatsächlich so, dass die Stufen 4 und 5 sich beide zur Überprüfung eignen. In diesem Fall ging es mehr darum, die Stufen 4 und 5 von den anderen Stufen abzugrenzen. Aber wenn Sie überlegen, welche Wirkung Sie überprüfen, halten Sie sich an diese beiden Stufen. Das sind beides Veränderungen, die sich relativ zeitnah zeigen und damit auch überprüfen lassen und oftmals auch mit überschraubarem Aufwand. Da kam dann auch gerade noch mal eine Nachfrage zu Stufe 4. Und zwar wird gefragt, ob es bei jeder Wirkungstreppe Sinn macht, Stufe 4 zu analysieren oder ist das abhängig von der jeweiligen Organisation und Ihrer individuellen Wirkungstreppe? Ich würde sagen, es ist von der jeweiligen Treppe. Das heißt, von diesem speziellen Angebot und dieser Zielgruppe und auch dem Ziel abhängig. Denn es gibt oftmals Punkte, die vielleicht im Kopf ablaufen von Zielgruppen, die ich aber nicht direkt sehen kann und wo es auch sehr schwierig ist, dafür Indikatoren zu finden. Und oftmals ist dann zum Beispiel das Verhalten, was dann auf Stufe 5 auftritt, leichter zu beobachten als auf Stufe 4. Beispielsweise, wenn Sie an der Kinder-, in der Eltern-Kind-Beziehung arbeiten, dann können Sie natürlich überprüfen, ob Kinder und Eltern jeweils etwas Bestimmtes gelernt haben. Einfacher könnte es aber sein, wenn Sie zum Beispiel mal die beiden besuchen und einfach mal beobachten, wie sich Eltern und Kinder jeweils zueinander verhalten. Dann haben Sie sozusagen die Veränderung auf Stufe 5 und können davon vielleicht auch wieder Rückschlüsse ziehen, was auf Stufe 4 passiert ist bei beiden. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir machen weiter. Gut, dann kommen wir zum zweiten Teil zu den Erhebungsmethoden. Denn die Frau Hoffmann ist natürlich interessiert, wo der Herr Sommer jetzt seine Daten herbekommt, um diese Wirkung zu überprüfen. Und da sagt der Herr Sommer zu Recht, dass das auch von der Frau Hoffmann abhängt, denn Sie alle wissen, es muss, auch wenn man Erhebungsmethoden mit wenig Aufwand hat, muss man natürlich Ressourcen investieren und darauf weisen wir auch soziale Investoren immer wieder hin, mit denen wir arbeiten. Es braucht ein gewisses Budget, um in Monitoring und Evaluation reingehen zu können und hier Erhebungen durchzuführen zu können und mal so als Daumenpeilung, so ein Wert von 5 bis 7 Prozent in einem Projektbudget ist durchaus realistisch und sollte auch angemerkt werden, dass für solche Untersuchungen eben auch Mittel benötigt werden, wenn Sie zum Beispiel Fördermittel beantragen. Grundsätzlich ist das so, je belastbarer die Aussagen sein sollen, die Sie treffen wollen, desto höher ist auch der Aufwand, den Sie entsprechend betreiben müssen. Hier ist es einfach immer wichtig zu schauen, was ist wirklich sinnvoll. Wenn wir hier mal uns dieses Diagramm anschauen, dann haben Sie auf der Y-Achse den Aufwand in Zeit oder auch Kosten und nach rechts auf der X-Achse die Aussagekraft einer Methode. Und es gibt ein ganzes Spektrum von Methoden. Hier sind nur ein paar aufgelistet. Wenn Sie hier nähere Informationen sich wünschen, schauen Sie auch gerne ins Kursbuch Wirkung. Da sind viele dieser Methoden hinten noch einmal mit Vor- und Nachteilen genau beschrieben. Aber was man sagen kann, ist, dass es nicht immer notwendig ist, aufwendige Längsschnittstudien mit Kontrollgruppen zu machen, sondern dass es auch sehr oft helfen kann, einfache Beobachtungen durchzuführen, Anekdoten zu sammeln und letztendlich zu schauen, was kann ich vielleicht auch mit wenig Mitteln erreichen. Da gibt es eine ganze Menge. Darüber hinaus gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Kriterien, die Ihnen bei der Auswahl helfen. Die Frage ist auch immer, was ist in Ihrem jeweiligen Fall eigentlich praktikabel, was hilft Ihrem Erkenntnisinteresse und beispielsweise, welche methodischen Kompetenzen haben Sie eigentlich in dem Team? Haben Sie vielleicht Partner, die Sie dabei unterstützen, eine bestimmte Methode anzuwenden? Oder gibt es schon Daten, die Sie verwenden können? Letztendlich ist es so, nicht alles, was zählt, kann gezählt werden und nicht alles, was gezählt werden kann, zählt. Eine Aussage von Albert Einstein, der nochmal gesagt hat, es macht Sinn, sich überlegen, brauche ich wirklich auch Zahlen und quantitative Daten oder reichen mir nicht auch qualitative Informationen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir immer sehr schnell und sehr gerne auf quantitative Daten gehen und vergessen dabei, dass diese beiden Datenformen sich grundsätzlich unterscheiden. Schauen wir erstmal nach links. Linksqualitative Daten sind also eher, haben eher eine beschreibende Funktion und helfen uns, ein vielvergehenderes Verständnis zu erlangen, nämlich, was funktioniert, was funktioniert nicht, was sind Ursachen und Zusammenhänge in unseren Projekten? Sie erläutern uns also ein, wie passiert etwas und warum passiert vielleicht auch etwas. In diesem Bereich bieten Sie zum Beispiel Interviews an, Beobachtungen oder auch Dokumentenanalysen und in diesem Fall können wir auch ohne Zahlen sehr gut arbeiten. Anders ist es bei den quantitativen Daten, die helfen uns also präzise in Zahlen auszudrücken, worum es geht, ermöglichen hierbei ein Vergleich und ein Überblick und zum Beispiel ein Ausmaß einer Veränderung oder eine Häufigkeit. Das heißt, hier geht es um das, was und wie viel davon passiert. Hier können wir zum Beispiel Zählungen, Interviews, strukturierte Beobachtungen einsetzen, um diese Daten zu erheben. Und ich hatte es schon gesagt, sehr oft zählen alle auf die Zahlen ab. Uns geht es aber im Wesentlichen oft um die qualitativen Daten. Ja, so mal ganz grobe Daumenpeilung würde ich jetzt mal in den Raum werfen, wenn wir über das Thema Wirkungsanalysen sprechen, kann man sich mal merken, 80-20, das heißt 80% qualitative Daten, 20% quantitativ. Das heißt, für uns ist es immer wichtiger, die Wirkungsanalyse einzusetzen, um mehr zu lernen über das Projekt. Nicht nur, wie sich vielleicht die Wirkungsziele, die ich mir gesetzt habe, entwickeln, sondern auch, welche anderen spannenden Wirkungen sind vielleicht entstanden, ohne dass ich die beabsichtigt hatte. Und was davon kann ich nutzen, um Rückschlüsse auf mein Angebot und meine Weiterentwicklung des Angebots zu nutzen. Natürlich müssen Sie alle sich auch legitimieren. Insofern ist es auch oft hilfreich, hilfreich zusätzlich zu qualitativen Daten, die ich natürlich auch zur Legitimation nutzen kann, auch ein paar quantitative Daten zu erheben, um vielleicht das Ausmaß oder die Tendenz in einer Projektentwicklung darstellen zu können. Sehr oft ist es aber so, dass sich die quantitativen Daten erst oder Erhebungen erst nach einer qualitativen Untersuchung anbieten. Hier zum Beispiel ein gängiges Vorgehen. Sie finden durch eine fokussierte Befragung erst einmal raus, welches Spektrum an Veränderungen überhaupt entstehen, zum Beispiel so einem Ferienlager, nicht nur nach den gezielten, nach den Stärken und den Potenzialen der Kinder fragen, sondern erst einmal ganz offen fragen, wie Kinder zum Beispiel, welche Veränderungen sie bei sich selbst wahrgenommen haben, welche sie sehen, wie sie sich fühlen und hier erst einmal qualitative Daten zu sammeln und erst wenn Sie dann einen Eindruck haben, welche Veränderungen diese Ferienlager bei den Kindern alle anstoßen, dann Cluster zu bilden, die in Kategorien zu tun und breitflächig abzufragen, zum Beispiel bei den nächsten Ferienlagern dann bei allen Kindern, um herauszufinden, bei wie vielen Kindern diese Wirkung zum Beispiel auftritt, um dann also quantitative Daten sammeln zu können. Ich habe hier unten Ihnen mal einen Link rein kopiert, wenn Sie möchten, können Sie sich das mal anschauen, da gibt es einen Leitfaden zu dem ganzen Thema Outcome Reporting, also das heißt auch Wirkungsanalyse von Education Y, die sind ebenfalls gemeinnützig und die haben hier mal sehr schön aufgeschrieben, wie so etwas ganz konkret aussieht. Allgemeine Hinweise finden Sie natürlich auch im Kursbuch, aber die haben hier mal aufgeschrieben, wie könnte so eine Wirkungsanalyse denn mal von vorne bis hinten geplant und auch durchgeführt werden. Das ist, muss ich dazu sagen, nicht ganz hundertprozentig wissenschaftlich akkurat, wie dort die Daten verarbeitet wurden, aber es ist einfach mal ein sehr gutes und gängiges Beispiel, wo man sich mal was, wo man das einmal durchdenken und nachvollziehen kann. Okay. Wenn wir über das Thema Messen sprechen und das kommt natürlich oft auf, möchte ich hier noch einmal ergänzen, Messen ist nicht ein empirischer Nachweis, das wird oft zusammengeschmissen, sondern bedeutet lediglich, die Daten in einer quantifizierten Form zu erheben. Und da müssen wir aufpassen, dass wir vom Gleichen sprechen, denn es gibt hier unterschiedliche Skalen, die habe ich hier mal oben dargestellt, die Nominalskala, Ordinalskala, Intervallskala und Verhältnisskala und der wesentliche Unterschied, der ist auch hier mit dieser grün gestrichelten Linie gekennzeichnet, ist, dass diese ersten beiden Skalen mit Kategorien arbeiten und die beiden zweiten mit Zahlen. Das heißt, hierbei nur handelt es sich um metrische Systeme. Ich kann aber bei allen Skalen davon sprechen, dass ich hier messe, das heißt, dass ich eine Beobachtung mithilfe einer Skala in Zahlen übertrage. Da gibt es jetzt grundsätzliche Unterschiede und je nachdem, welche Skala sie haben, sind unterschiedliche Rechenoperationen zulässig. Das klingt jetzt sehr theoretisch, hat aber ganz praktische Auswirkungen. Beispielsweise, wenn wir uns in dieser ersten Skala befinden, dann haben wir so etwas wie Blutgruppen oder Nationalitäten. Das heißt, ich kann in diesem Fall lediglich die Häufigkeit zählen, wie oft wir in unserer Gruppe die Blutgruppe 0 oder A oder B haben. Ich kann aber zum Beispiel nicht sagen, dass es hier eine Reihenfolge gibt, dass hier eine Blutgruppe zum Beispiel besser oder schlechter ist als die andere. 0 ist genauso gut wie A und B. Anders ist das dann bei der Ordinalskala. Hier kann ich tatsächlich sagen, etwas ist besser oder schlechter. Das ist die Skala, die wir am häufigsten verwenden, wenn wir Wirkungsanalysen machen, wenn wir zum Beispiel die Zufriedenheit abfragen und wir fragen, und wir fragen, trifft das zu, trifft das nicht zu, trifft das teilweise zu, dann bilden wir Kategorien. Bei den Schulnoten haben wir ein ähnliches System. Auch da kann man sagen, eine Schulnote ist besser oder schlechter als die andere. Noch mehr können wir machen, wenn wir hier die symmetrischen Skalen benutzen, dann können wir zum Beispiel auch Abstände bestimmen. Wir können zum Beispiel Datum, wenn wir die Temperatur messen, können wir auch Abstände unterbrechenen zwischen unterschiedlichen Temperaturen mithilfe von Datum oder Celsius und Fahrenheit. Was wir aber auch dort zum Beispiel auf der Temperaturskala mit Grad Celsius nicht machen können, ist Verhältnisse bilden. Das geht lediglich in dieser letzten Skala mit zum Beispiel, wenn wir eine Kelvin-Skala haben. Das ist wichtig, wenn es an die Auswertung von Daten geht. Wichtig für Sie ist erst einmal, dass man sowohl in Zahlen messen kann als auch in Kategorien und dass uns auch mit dieser Kategorien-Skala sehr viel geholfen ist, weil es viele Aussagen zulässt in der Wirkungsanalyse, ohne dass wir tatsächlich metrische Zahlensysteme brauchen. Das probieren wir mal ganz kurz in einer Übung aus und Sie können gerne dazu gleich nochmal Fragen stellen. Und zwar möchte der Herr Sommer gegenüber der Frau Hoffmann jetzt auch belegen, wie viele Kinder durch die Ferienlage jetzt ihre Stärken kennen. Und die Frage an Sie, welche Methode würden Sie ihm empfehlen? A, entweder eine oder eins, eine Anekdotensammlung mit Aussagen einzelner Kinder, wo also in Textform die Durchführenden der Ferienlage einfach aufschreiben, was die Kinder so von sich geben. Sie könnten Möglichkeit zwei standardisierte Kurzinterviews mit allen Kindern führen, wo die Betreuer dann in Kästchen ankreuzen, ob dieses Kind kaum Stärken kennt, mindestens zwei Stärken kennt oder drei unterschiedliche Stärken kennt. Oder Sie könnten als dritte Option zählen, einfach wie viele Kinder jetzt ihre Stärken kennen und die Zahl der Kinder aufschreiben. Welche Methode würden Sie empfehlen? Auch hier wieder eine kurze Umfrage. Die ist jetzt eingespielt. Sie sehen vor sich das blaue Feld. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Anekdotensammlung oder Kurzinterviews oder schlicht und einfach zählen. So, ich schließe die Umfrage und übertrage das Ergebnis. Elf Prozent haben sich für die Anekdotensammlung entschieden. 79 Prozent sagen, es sind die Kurzinterviews und 9 Prozent haben sich fürs Zählen entschieden. Okay, vielen Dank. Ja, das klingt sehr sinnvoll, wenn wir uns auf das Erkenntnisinteresse beziehen. Sie alle können natürlich jetzt sagen, ich würde aber eher viel etwas anderes abfragen oder überprüfen in den Fernlagern. Das können Sie auch machen, aber in diesem Fall geht es eben darum, dass der Herr Sommer belegen möchte, wie viele Kinder ihre Stärken kennen. Das heißt, ihm geht es um eine Quantifizierung. Das heißt, in diesem Fall wird ja eine Anekdotensammlung zwar hilfreich, um zu erheben, welche Stärken die Kinder kennen, aber es zahlt nicht auf dieses Erkenntnisinteresse ein, wie viele Kinder. Das geht nur bei den unteren beiden Erhebungsmethoden. Bei der Methode 3, das heißt, das Zählen der Kinder, die ihre Stärken kennen, haben sie jedoch das Problem, dass sie keinerlei Hinweise darauf haben, woran man denn festlegt, ob jetzt ein Kind seine Stärken kennt oder nicht. Das heißt, sie haben keine Differenzierung mehr. Das würde dazu führen, dass alle Betreuer, die das durchführen, sehr unterschiedliche Maßstäbe anlegen würden und sehr unterschiedlich beurteilen würden, ob die Kinder jetzt ihre Stärken kennen und deshalb gezählt werden oder nicht. Eine wirklich differenzierte Erhebung haben sie nur bei der Variante 2 und auch da könnte man das Ganze noch stärker objektivieren, indem man diese Kategorien noch konkreter beschreibt und damit noch besser verständlich macht, was genau in den einzelnen Kästchen eigentlich drinsteckt. Gut, das wäre also durchaus eine Möglichkeit, wie der Herr Sommer seine Veränderung überprüfen könnte. hier auch nochmal für seine Indikatoren, die der Herr Sommer aufgestellt hat. Die Leistungen könnte er zum Beispiel überprüfen durch Monitoring oder dass er Teilnahmelisten auf der Stufe 2 auswertet, das heißt eine Dokumentenanalyse durchführt. Auch die Zufriedenheit könnte er zum Beispiel abfragen und letztendlich auf der Stufe 4 wird es dann spannender. Genau, er könnte zum Beispiel Befragungen der Kinder durchführen, ob sie ihre Stärken kennen. Er könnte aber auch die Gruppen leitenden fragen, ob sie mal, was sie so beobachtet haben, wie Kinder sich verändert haben. Das hatten wir vorhin auch, die Kinder können ihre Entscheidungen begründen, hier könnte man die Kinder oder auch die Eltern befragen oder ebenfalls wieder Beobachtung entstellen, ob sich die Zuversicht der Kinder verändert. Auf der Stufe 6 geht es eigentlich analog über die Eltern oder die Kinder und ob es einen realistischen Anteil von Arbeiterkindern mit hohen Bildungsabschlüssen in Deutschland gibt. Da müssten wir tatsächlich auf amtliche Statistiken zurückgreifen, das heißt eine Dokumentenanalyse durchführen, was dort so erhoben wird. Okay, das wäre der zweite Abschnitt. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Ja, wir haben noch mal zu der Umfrage eine Frage auch bekommen, und zwar wie kann man zählen, ohne die Zielgruppe befragt zu haben, fragt ein Teilnehmer. Wie können die Zielen ohne die Zielgruppe befragt zu haben? Ja, das wäre dann in diesem Fall einfach eine Einschätzung der Beobachter zum Beispiel. Sie können das aber auch zusätzlich mit einer Befragung machen, das heißt Sie können sagen, die Betreuer befragen zwar die Kinder, aber benutzen dann eben nicht die Skala der Option zwei, sondern einfach nur eine Gesamtzahl, das heißt, wo Sie letztendlich eine höherwertige Skala haben, da befinden Sie sich nämlich in dieser Verhältnis Skala, Sie zählen, Sie machen das Hermannmetrische System, aber die Aussage, die Sie am Ende bekommen, da steht jetzt eine Zahl, da ist total unklar, ob das tatsächlich widerspiegelt, ob diese Kinder ihre Stärken kennen oder nicht, weil ich diese Kategorie gar nicht richtig beschrieben habe. Insofern auch hier können Sie Kinder befragen, aber die Auswertung erfolgt über eine andere Skala. Vielen Dank und dann kam noch eine allgemeine Frage und zwar zu eurem Kursbuch Wirkung. Gibt es das auch auf Englisch? Ja, das gibt es auch auf Englisch und das gibt es auch da müsste ich jetzt schauen, den Link habe ich jetzt nicht, den könnte ich Ihnen aber auch noch mal zur Verfügung stellen im Nachhinein. Das müssen Sie aber sonst eigentlich auch auf unserer Homepage finden auf finio.org Ja, vielen Dank, dann würde ich vorschlagen, wir machen weiter. Okay, gut, ja, wir sind ein bisschen spät in der Zeit, aber das ist okay, denn der letzte Abschnitt dauert auch relativ kurz. Der Herr Sommer hat jetzt seine Erhebung durchgeführt, hat also Kinder befragt, hat Ergebnisse und die Frau Hoffmann ist ja gespannt, was besagen die denn jetzt? Und da gleich wieder an Sie die Frage, wie ist denn jetzt das Angebot des Bildungsstürmers im Vergleich mit Ferienlagern anderer Träger zu bewerten? Sie sehen hier ein Diagramm, in Blau sehen Sie die Balken, wie viele Kinder erreicht wurden, dazu gehört die Y-Achse, links ist, und in Gelb sehen Sie hier diese Striche, das sind die Kosten pro Kind in Euro, die dieses Angebot jeweils kostet, in diesem Fall dieses Ferienlager, hier rechts dann die Kosten sozusagen in Euro. Würden Sie sagen, A, das Angebot des Bildungsstimmers e.V., was hier in der Mitte gezeigt ist, ist das besser, ist das B, schlechter, ist das C, besser, teilweise schlechter als Ihren Angebote, oder D, würden Sie sagen, das kann man eigentlich gar nicht beurteilen? Auch hier wieder eine kurze Umfrage. Ja, die Umfrage ist jetzt eingespielt, bitte treffen Sie wie immer Ihre Auswahl. Wie ist das Angebot des Bildungsstürmer im Vergleich mit fairen Lagern anderer Träger zu bewerten? Besser, schlechter, teilweise besser, teilweise schlechter, oder man kann es nicht sagen. So, dann schließe ich die Umfrage und übertrage Ergebnis, vielen Dank. 13% haben sich für besser entschieden, schlechter sagen 2%, 43% Antwort 3, teilweise besser, teilweise schlechter und 42% haben sich für Antwort 4, kann man nicht sagen, entschieden. Ja, vielen Dank. Das sieht in etwa so auch aus, wie wir das oft vorfinden. Die richtige Antwort ist in diesem Fall tatsächlich, dass man das eigentlich nicht sagen kann, denn sie wissen nicht, was in den jeweiligen Angeboten drinsteckt. Sie können jetzt natürlich sagen, der Bildungsstummer e.V. hat vielleicht weniger Kosten pro Kind als beispielsweise der Träger 2 oder der Träger 4, ist also günstiger pro Kind. Andersrum könnte man sagen, er reicht aber mal mehr, mal weniger Kinder als die anderen Träger. Aber ob die Wirkung dieses Angebotes gut ist, das können Sie hier überhaupt nicht sagen. Das heißt, wenn Sie das Angebot bewerten wollen und wir plädieren dafür, dass man das Angebot gerade in Bezug auf die Wirkung beurteilt, da muss man nicht ganz schlicht sagen, dass man das nicht sagen kann. Es könnte beispielsweise sein, dass der Bildungsstummer e.V. zwar nicht viele Kinder erreicht, dass er aber bei diesen Kindern, die das Fährenlager erreichen, die daran teilnehmen, viel bessere und viel größere Wirkungen erreicht, als ein Träger, der dieses Angebot mit sehr vielen Kindern durchführt. Das heißt, wir können eigentlich erst Angebote vergleichen und bewerten, wenn wir den Kontext und die Rahmenbedingungen kennen. Das hängt damit zusammen, dass zum Beispiel die Veränderungen bei manchen Zielgruppen vielleicht auch viel schwerer sind als bei anderen. Es kann zum Beispiel selbst sein, dass der Bildungsstimmer e.V. sich eben Kinder rauspickt für seine Fährenlager, die sehr schwere Bedingungen haben, die aus sehr schweren Lebenslagen kommen und wo eine kleine Veränderung schon ein riesiger Erfolg ist, während andere Träger vielleicht mehr mit Kindern aus besseren Lebenssituationen arbeiten, wo die Voraussetzungen einfach viel leichter und viel besser sind. Das ist einfach wichtig zu wissen, um ein Angebot zu bewerten. Und wenn wir uns hier nochmal die beiden Punkte messen und analysieren anschauen und wie diese in den Analyseprozess einfließen, müssen wir erst mal feststellen, dass das zwei Schritte sind, die zu ganz unterschiedlichen Punkten im Prozess stattfinden. Wenn wir von links nach rechts durchgehen, dann haben wir am Anfang die Datenerhebung, zum Beispiel durch eine Messung oder eine Erhebung von Monitoring oder Evaluation, wo wir unsere Daten generieren. Das heißt, das Messen findet ganz am Anfang statt, ist aber nur die Ausstellung von Daten. Diese Daten haben erst mal für sich genommen keinen Wert, keinerlei Aussage. Die müssen wir dann erst mal aufbereiten und wie in ein Excel überführen oder ein anderes Programm und müssen vielleicht nochmal einen Plausibilitäts-Check machen und schauen, ist das eigentlich realistisch, was wir da gesammelt haben oder haben wir vielleicht einen systematischen Fehler gemacht und erst dann kommen wir im dritten Schritt zur Datenanalyse. Und in dieser Datenanalyse werden also Daten in einen Kontext gestellt und auf Basis von Vergleichen bewertet. Zum Beispiel, indem wir einen Vergleich anstellen, vorher war es schlechter als nachher oder bestimmte Gruppen, die ein Angebot wahrgenommen haben, haben vielleicht sich stärker verändert als die, die von dem Angebot nicht profitiert haben. Das Ganze natürlich auch in einem Kontext, wo wir sagen können, welches Problem wollten wir eigentlich adressieren und welche Ressourcen sind jetzt eigentlich in welche Veränderung geflossen. Erst wenn wir auf dieser Grundlage eine Bewertung vorgenommen haben, können wir auch Handlungsschritte ableiten und zum Beispiel unser Angebot weiterentwickeln und nachsteuern. Es ist also ganz wichtig, dass wir, wie wir auch in der Übung gerade gesehen haben, nicht isolierte Daten generieren, sondern Daten immer in einen Kontext stellen und somit eine bessere Bewertung ermöglichen. Wenn wir uns hier nochmal dieses Wirkungsdiagramm anschauen und wir sagen lediglich, welche Veränderungen wir beobachtet haben, dann sagt es nichts über die Zielgruppe aus, wie unter welchen Voraussetzungen diese Gruppe stand, wir wissen nichts über die eigentlichen Bedürfnisse und das gesellschaftliche Problem, was wir eigentlich adressieren und all diese Punkte sollten mit einfließen, wenn wir Daten generieren und bewerten. Wetten Sie also bitte Ihre Daten immer in einen Kontext und erläutern Sie, was mit diesen Zahlen da was darunter eigentlich zu verstehen ist und wie die zustande gekommen sind. Das ist ganz wichtig. Denn wir alle wissen im Rahmen des BDHG oder im Rahmen der Vergabe von Fördergeldern ist es einfach wichtig, nicht nur einzelne Kennzahlen als Entscheidungsgrundlage zu haben, sondern wirklich den Kontext zu kennen. Was Sie noch machen können, ist den Interpretationsrahmen zu objektivieren. Wir alle wissen, wir haben nur eine eigene Perspektive, die ist sehr subjektiv und damit auch fehlerabhängig. Und wenn es tatsächlich um die möglichst sachliche Bewertung von Daten geht, ist es ganz wichtig, andere Gruppen einzubeziehen, beispielsweise die Zielgruppen, die eigentlich betroffen sind oder andere Stakeholder, die eine gute Einschätzung geben können, dass Sie Daten, die Sie ermittelt haben, beispielsweise durch Critical Friends, also Ihnen nahestehende Personen, die Ihnen auch offen auch mal negatives Feedback geben können oder eben kritisch auf Ihre Ergebnisse schauen können, dass Sie beispielsweise statistische Relevanz aufzeugen können. Das bedeutet, dass Sie ein Ergebnis nicht nur im Einzelfall erheben, sondern sehr oft und wiederholt in einem größeren Kreis, denn wenn Sie eine Einzelperson untersuchen und dort eine Veränderung stattfinden, kann das auch mal heißen, dass diese Person gerade an diesem Tag schlecht drauf war oder eben besonders in einer besonders positiven Lebensphase sich befindet und dass das gar nichts mit Ihrem Angebot zu tun hat. Wenn Sie aber die gleiche Methode immer wieder anwenden und wiederholt aufzeigen können, dass sich bei einer großen Anzahl von Untersuchungen immer wieder die gleiche Tendenz zeigt, dann ist das schon deutlich aussagekräftiger. Auch die Wahl des Evaluationsdesigns spielt eine Rolle, beispielsweise können Sie natürlich versuchen zu verhindern, dass die Befragten in diesem, also wenn Sie zum Beispiel Befragung durchführen, gewünschte Antworten geben. Wenn Sie zum Beispiel die Qualität eines Angebots überprüfen und die Befragung derjenige durchführt, der das Angebot auch durchgeführt hat, dann hat dieser Befragter natürlich selber ein Interesse, gute Ergebnisse zu erzielen und das erzeugt wiederum Druck bei der Zielgruppe, die wir befragen. Darüber sollte man sich also ebenfalls Gedanken machen. Gut, so viel vielleicht erstmal bis hierhin, dann hätten wir jetzt auch nochmal abschließend Zeit, Fragen zu klären. In dieser Stufe kamen jetzt keine Fragen. Gut, gibt es sonst noch Fragen, Fragen, die wir aus der vorigen Stufe klären können oder Fragen, die Ihnen jetzt gerade noch einfallen? Dann geben Sie die gerne nochmal ein. Ansonsten hätten wir auch noch die Möglichkeit, nochmal auf Fragen vom letzten Modul einzugehen. Wir hatten noch ganz am Anfang eine Frage bekommen und zwar zur Wirkungstreppe. Da wollte eine Teilnehmerin wissen, wie realistisch wird die Stufe 4 überprüft? Also die teilnehmenden Kinder kennen ihre Stärken und Schwächen, war da die Antwort, glaube ich. Wie sicher wird dieses Ziel überprüft? Das ist wieder die Frage, was ist eigentlich Ihr Erkenntnisinteresse? Ich gehe mal zurück hier zu den Zielen. Natürlich ist es so, dass das ein Sachverhalt ist, der sehr schwierig zu beurteilen ist und jetzt ist der Unterschied eben, ob Sie vor allem etwas lernen möchten oder ob Sie etwas möglichst gut belegen möchten. Wenn Sie das belegen möchten, dann haben Sie die Schwierigkeit und die Herausforderung möglichst objektiv zu sagen, ob dieser Sachverhalt eingetreten ist und das ist natürlich sehr schwer, denn ich sage mal die Selbsteinschätzung der Kinder kann man zwar fragen, das ist aber natürlich auch immer fehlerbehaftet. Sie können außenstehende fragen, aber dann ist es auch immer die Frage, wie definiert man denn jetzt genau Stärkenpotenziale? Was sieht man als sowas an, was nicht? Auch hier wieder der Hinweis, es ist eben enorm schwer Sachverhalte selbst auf Stufe 4 und 5 wirklich zu belegen und auf das eigene Angebot zurückzuführen. Was Sie aber tun können, ist tatsächlich zu lernen. Und dann ist es gar nicht so sehr entscheidend, ob Sie das jetzt ganz klar bewiesen haben, sondern es reichen ja schon Hinweise, ob Kinder hier Aussagen machen können. Da muss es gar nicht so scharf definiert sein, sondern es reicht, wenn Sie hier Gespräche für eine Beobachtung durchführen und Hinweise für Ihr eigenes Angebot herleiten, ob Ihr Angebot funktioniert oder nicht. Also auch hier wieder der Hinweis, mehr Fokus auf Lernen und Verstehen und mehr qualitative Daten als den Versuch eines Belegs. Dankeschön. Dann kam noch die Frage, was du für angemessen hältst, wie viele Kapazitäten, finanzielle Ressourcen man anteilig im Projekt einplanen sollte, um eine sinnvolle Wirkungsanalyse durchzuführen. Genau, also wir sagen, so für Monitoring und Evaluation ganz grob fünf bis sieben Prozent eines Projektbudgets. Wir planen das bei Finio zum Beispiel selber auch ein oder versuchen, das regelmäßig zu tun. Da gehört aber natürlich nicht nur die Analyse dazu, dazu gehört auch einfach, zu Beginn eines Projektes sehr genau die Wirkungsziele zu entwickeln und festzuhalten, sich zu überlegen, wie überprüft man diese Ziele, also Indikatoren zu erarbeiten, die Datenerhebung von vornherein zu planen, all das kann ich zu Beginn oder sogar vor einem Projekt tun und die Datenhebung und Auswertung ist dann oft eigentlich der kleinere Teil, wenn man sich den Aufwand anschaut. Vielen Dank. Es kam auch noch eine Frage zu den Indikatoren. Sind direkte und indirekte Indikatoren gleichbedeutend mit quantitativen und qualitativen Indikatoren? Nein, das kann ich ganz klar beantworten. Das waren jetzt hier lediglich Beispiele. Sowohl direkte als auch indirekte Indikatoren können qualitativ wie quantitativ sein. Ich hatte schon gesagt, die direkten Indikatoren sind aber im Prinzip die, die man gar nicht unbedingt braucht, denn Indikatoren sind einfach nur Hilfs-Sachverhalte, sage ich mal, die wir nutzen, wenn wir das eigentliche Ziel nicht überprüfen können. Es kommt oft die Frage, ob dann die Ziele nicht smart formuliert sein müssen, damit ich die immer messen kann. Wir sagen ganz klar, nein, das muss nicht so sein. Ziele müssen nicht smart sein. Ich kann auch ein nicht messbares Ziel haben und hier qualitative Indikatoren für entwickeln. Was aber immer, was man berücksichtigen sollte, wenn man Ziele smart formuliert, ist, dass sie damit auch Fehlanreize bei der Messung schaffen. Der eine ist das Thema Creaming. Das heißt, wenn Ziele immer messbar sind, dann kann das dazu führen, dass ich mir leichtere Zielgruppen rauspicke. Das heißt, die, wo ich mein quantitatives Ziel einfach möglichst leicht erreiche, aber das führt dazu, dass letztendlich wirklich benachteiligte Zielgruppen oft vernachlässigt werden, weil sie eben dann dort schwerer nur ihre Ziele erreichen. Der andere Effekt, den man damit oft begünstigt, ist, dass die Ziele auch einfach niedriger gesetzt werden. Das heißt, ich setze den Zahlwert meines Ziels einfach niedriger und schaffe dadurch immer mein Ziel und kann immer sagen, dass ich erfolgreich bin. Das ist aus unserer Sicht nicht der Zweck bei der Zielformulierung. Ziele sollen Orientierung geben, vor allem fürs Lernen. Und ja, sie können natürlich eine quantitative Messung durchführen und Daten erheben, aber sie sollten nicht alle Ziele danach ausrichten. Das vielleicht nochmal zum Thema qualitativ-quantitativ. Okay, danke schön. Jemand wollte auch noch wissen, ob es eine Art von Liste gibt, wo man einschätzen kann, welche Form der Erhebung, Recherche etc. mit welchem personellen und finanziellen Aufwand verbunden ist. Ja, auch da würde ich am ehesten auf das Kursbuch verweisen, das im hinteren Teil ein Abschnitt, wo eine Reihe von Erhebungsmethoden in Bezug auf Vor-Nachteile, aber auch Aufwand grob beschrieben ist. Im Prinzip können Sie natürlich sehr viele Methoden auch unterschiedlich durchführen. Das heißt, eine Beobachtung kann ich sozusagen mal im Nachhinein einfach mal auf dem Papier festhalten. Ich kann aber auch sehr strukturierte Beobachtungen durchführen durch Externe. Das heißt, wo ich klare Dimensionen mit Kriterien vorgebe, externe beauftrage, das zu tun, damit ich das nicht selber tue, weil ich selber vielleicht beeinflussbar bin. Das heißt, innerhalb jeder Methode haben Sie auch immer ein großes Spektrum an Aufwänden, die Sie da haben. Insofern ist es immer wichtig, die Methode auch daran anzupassen, was Sie brauchen, denn umgekehrt kann man auch sagen, sehr viele Methoden kann man auch mit einem geringen Aufwand durchführen. Okay, danke schön. Dann gab es noch eine Frage auch zum Kursbuch und zwar wird da auf Arbeitsblätter irgendwie hingewiesen. Wo kann man die denn bekommen? Sind die irgendwie per Download auch auf eurer Webseite zu finden? Sind auch als Download zu finden, wenn Sie, das könnten wir sonst auch noch einmal rumschicken, wenn Sie auf unsere Publikationen gehen, da finden Sie zu dem Kursbuch oder andersrum, wenn Sie auf die Internetseite kursbuch-wirkung.de gehen, dann finden Sie ganz unten noch zusätzliche Publikationen und da finden Sie auch die Arbeitsvorlagen zum Download, ebenfalls kostenfrei. Ja, den Link zu kursbuch-wirkung.de hatte ich Ihnen auch schon im Chat zugeschickt. Vielen Dank. Dann kam noch eine Frage zu den qualitativen Indikatoren und zwar, wie können dafür Zielwerte festgelegt werden und darüber berichtet werden? Könntest du mehr Beispiele für qualitative Indikatoren geben? Also, wenn wir jetzt nämlich immer die Skala vom Herrn Sommer nehmen, der möchte ja zum Beispiel die Fähigkeit der teilnehmenden Kinder, ihre Stärken und Potenziale zu benennen, erheben und hat dafür Kategorien benannt. Ja, in diesem Fall hat er gesagt, jetzt muss ich ganz kurz die Seite noch mal suchen, das war die, eine Sekunde, genau. Also, in diesem Fall nutzt er ja eine, er nutzt hier Indikatoren, um Variante zwei, um eine Zählung zwar durchzuführen, aber er benennt erst mal den Indikator, dass jemand seine Stärke kennt innerhalb dieser Kästchen. Das heißt, ich muss erst mal meine Einzelpunkte definieren, um dann anschließend auch eine Zählung durchzuführen. Wenn ich jetzt richtig verstanden habe, ist das jetzt die Kombination aus einem qualitativen Indikator, das heißt, oder die teilnehmenden Kinder kennen ihre Stärken oder die Kenntnis von Stärken ist ein qualitativer Indikator. Das kann ich jetzt nicht zählen. Ich kann nicht sagen, dreimal Kenntnis von Stärken, aber ich kann diesen Indikator in diese Skala überführen und dadurch Zählung durchführen, dadurch, dass ich Abstufungen definiere und sage, es gibt einmal eine Ausprägung, wo jemand kaum Stärken kennt. Das kann ich auch noch mal genauer definieren. Was heißt denn kaum Stärken? Zum Beispiel weniger als zwei. Und ich kann auch den obersten Punkt neu definieren und sagen, was sind denn zum Beispiel drei unterschiedliche Stärken? Das könnten zum Beispiel soziale, theoretische und praktische Fähigkeiten beispielsweise sein und dadurch noch mal eine Differenzierung herkriegen. Ich weiß nicht, ob das die Frage jetzt erläutert hat, sonst gerne noch mal nachfragen. Ja, vielen Dank. Ich denke schon, es kam noch keine weitere Nachfrage dazu und ich würde gerne eine letzte Frage noch nehmen. Da wollte jemand wissen, welche Akteure in eine Wirkungsmessung einbezogen werden sollten, beispielsweise Schulkontext, Schülerinnen, durchführende Lehrer, Lehrerinnen, Schulleiter, Sozialpädagogen. Wo ist die Grenze deiner Ansicht nach? Wer ist wirklich relevant? Gute Frage. Das ist leider auch immer sehr von der Situation und von dem Ziel abhängig. Letztendlich, wenn man das von den Indikatoren aus betrachtet, wird die Aussagekraft natürlich immer besser, je mehr Hinweise ich habe. Also das Ganze nennt man auch Triangulation. Ich versuche aus verschiedenen Perspektiven sozusagen den Sachverhalt zu bestärken und Hinweise auf das Vorliegen dieses Sachverhalts zu sammeln und je mehr Hinweise ich darauf habe, die alle in eine Richtung zeigen, desto wahrscheinlicher ist das. Nun muss man das Ganze praktisch sehen. Sie wollen ja nicht 50 Prozent Ihrer Zeit und Ihrer Ressourcen in die Datenerhebung und Wirkungsanalyse stecken, sondern das muss ja auch irgendwie praktikabel umsetzbar sein. Deshalb ist es immer hilfreich, sich zu überlegen, wer ist denn wirklich der Experte für diese Wirkung? Wer kann wirklich gut beurteilen, ob eine Veränderung eingetreten ist? Und da hängt es jetzt wiederum vom Ziel ab, was ich überprüfen möchte, denn das kann ja sehr unterschiedlich sein, wer darüber eine gute Aussage treffen kann. Manche Lehrer können vielleicht manche Veränderungen bei Kindern in der Schule gut einschätzen und manche Veränderungen können aber die Lehrer überhaupt nicht einschätzen, sondern nur die Eltern, weil es vielleicht ein Verhalten ist, was eher im sozialen Kontext zu Hause zu beobachten ist. Andere wiederum können vielleicht nur die Jugendarbeiter oder die Betreuer in einer offenen Jugendeinrichtung im Kiez beurteilen, weil es vielleicht ein Verhalten ist, was zu Hause durch die Eltern beeinträchtigt, beeinflusst ist und was erst dann auftritt, wenn die Kinder sich wirklich frei entfalten können und in so einer offenen Einrichtung sind. Also es gilt immer darum nachzuschauen, wo tritt eigentlich dieses Verhalten, diese Veränderung, die ich analysieren möchte, auf und wer kann darüber gute Einschätzungen treffen. Grundsätzlich würde ich aber sagen, ich würde nicht mehr als drei Personengruppen befragen, um eine Wirkung zu überprüfen, denn sonst wird einfach der Aufwand sehr, sehr groß. Ja, vielen Dank dir für diese ausführliche Beantwortung. Damit würde ich jetzt das Webinar dann auch beenden wollen. Das war Dr. Falk Wienholz zur Analyse der Wirkung. Nächsten Dienstag geht es im Webinar Tue Gutes und Rede darüber, auch um Beispiele aus der Praxis. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie wieder so zahlreich dabei sind, wie heute auch. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und vielleicht sehen wir uns dann nächsten Dienstag um 11 Uhr. Vielen Dank auch nochmal nach Berlin und allen einen schönen Tag. Tschüss. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss an alle. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Chüss. Was ist?